Ich habe mir diesen Artikel zugelegt, um die Autoreinigung durchführen zu können. Alle Arbeiten am Auto und im Auto können sehr gut damit erledigt werden. Die Saugleistung ist sehr gut und auch das mitgelieferte Zubehör ist ausreichend für alle Arbeiten im Auto. Auch die Blasfunktion ist gut zum Trocknen der Lackoberfläche und der Zwischenräume geeignet. Klare Kaufempfehlung für dieses Produkt. Echt ein toller Sauger mit enormer Saug- und Blaskraft. Zwar fällt er gelegentlich mal um, weil er so leicht ist, aber was erwartet man sich auch für so einen Preis? Das Ding macht seine Arbeit top. Ich verwende den Sauger vor allem die Sitzen nass zu saugen. Der kleine Sauger erfüllt seinen Zweck. Gute Saugleistung, einfache Bedienung. Zubehöranteil ist auch gut zu gebrauchen. Einige negative Anmerkungen, die aber wegen des Preises verschmerzt werden müssen. Das Gerät aus Vollplastik ist auf seinen drei Rollen etwas wackelig und fällt leicht um. Die Steckhalter fürs Zubehör sind zwar nett, aber auch nur bedingt zu gebrauchen. Es gibt keinen Rohrhalter oder ordentlichen Kabelwickler. Wer mehr Komfort möchte, muss sich dann bei Geräten über 150 Euro umsehen. Gestern bestellt. Heute da. Dank Prime. Kein Problem. Das schon mal dazu. Das Paket kommt im Paket also zwei Pakete was für mich persönlich völlig überflüssig ist, da der Sauger prima und sicher in seiner eigenen Verpackung verpackt ist. Aber gut. Angekommen und direkt getestet. Gute übersichtliche Anleitung in zwölf Sprachen, auch mit verständlichen Bildern. Aber an für sich braucht man diesen nicht, da der Sauger selbst erklärend ist. Saugleistung ist super. Bin direkt runter und habe mein Auto ausgesaugt. Klasse. Kein Krümel hat überlebt. Selbst die Tannennadeln hat er ohne Probleme rausgezuppelt bekommen. Mit der langen Fugendüse einfach perfekt. Die Wildschweinborste könnte etwas länger und schmaler sein, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Man merkt natürlich, dass die Materialien nicht so hochwertig sind, aber bitte, 56 Euro. Alles gut. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Bis zum nächsten Mal.